Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute wollen wir eine weitere Übung machen und zwar wollen wir die Summe über ein Array bilden. Das hört sich jetzt schon etwas komplexer an, aber es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Wir wollen im Endeffekt, ich mache das hier gerade mal raus, das wissen wir jetzt wie es funktioniert. Wir wollen im Endeffekt, wenn wir ein Array haben mit 1, 2 oder irgendwelchen anderen Zahlen, ja, ist völlig egal, okay, vielleicht soll das ein gültiges Array sein. Wenn wir sowas hier haben, ja, dann wollen wir einfach wirklich die Summe aus den einzelnen Dingern machen. Das heißt, wir wollen hier 1 plus 2 plus 3 plus 4, 4, 5 plus 7, 8, 9 plus 7, 8 plus 9, 6, 5, 4 plus 8 plus 4 haben, ja, das soll rauskommen. Und das werden wir jetzt als Funktion schreiben. Kleine Übung für euch und wir hören uns gleich wieder. Bis dann. So, da sind wir wieder. Wir wollen, wie gesagt, die Übung jetzt zusammen lösen. Ich hoffe, ihr habt das Ganze schon probiert und seid auch so weit zu einer Lösung gekommen. Ansonsten, hier ist jetzt meine Lösung und zwar sagen wir hier Sum of Array mit dem Parameter, naja, welcher Parameter wird es wohl sein? Das Array A vom Typ Array und hier kann es natürlich sein, dass ihr Int oder Double, ups, Double oder Float oder Long oder was auch immer habt. Und das ist absolut euch überlassen. Ich bleibe hier jetzt mal beim Typ Int und wir geben zurück dann auch natürlich ein Int, ja. So, es gibt natürlich auch hier wieder elegantere Lösungen als das, was wir machen, aber wir werden das jetzt hier so machen. Und wie gesagt, wir stehen ja noch nicht wirklich am Anfang, aber wir stehen schon noch nicht bei den fortgeschrittenen Themen, wo wir wirklich nur auf Eleganz achten und möglichst schnellen Code und bla, bla, bla. Sondern wir wollen hier eine Lösung haben, ja. Das ist immer noch wichtig. Okay, das heißt, wir haben hier erstmal eine Variable Sum. Die ist vom Typ Int und die initialisieren wir auf 0. Okay, nun gehen wir einfach durch dieses Array durch, das heißt, for i in a, also für jedes einzelne Element in a drin, wir brauchen keine Indizes, eigentlich alles relativ simpel, sagen wir sum ist gleich sum plus i. Und am Ende geben wir sum zurück. Wundervoll. So, jetzt werde ich das hier mal mir kopieren, damit ich das nicht nochmal eingeben muss. Und dann sagen wir hier Printline, Sum of Array und dann muss hier natürlich ein Array rein, das heißt, wir müssen dieses Array auch bauen erstmal. Array of und dann sagen wir hier, das soll da alles rein. Wundervoll und wir lassen uns das mal aufsummieren. Ist offensichtlich 10.984, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber es sieht zumindest nicht ganz falsch aus. 10.900, das hier ist ungefähr 1.100, sage ich jetzt mal. Ja, nee, ein bisschen mehr, 1.200 ungefähr, das ist fast 10.000 minus 400, das kommt schon ungefähr hin, würde ich mal so behaupten. Also ganz, ganz grob gesagt, also es scheint auf jeden Fall zu funktionieren und ja, in dem Sinne haben wir auch schon unsere Lösung. Wundervoll. Ja, das war es von meiner Seite auch erstmal wieder, wir hören uns bei der nächsten Übungsaufgabe oder was auch immer wir machen. Bis dann, ciao. Ja, wir hören uns bei der nächsten Übungsaufgabe.